Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück, Alpha 18 mit dem Spielekaiser. Gleich auf die Aufnahme-Session. Guten Tag, Mahlzeit. Ja, ich war ein bisschen looten ohne dich. Ich habe hier ein Tresor geöffnet in der Garage. Und eine Munitionskiste. Und da habe ich zwei Eisenspitzhacken für uns gefunden und diverse Leather Hoods. Wobei die, glaube ich, und ich habe ein Geschütz, Stufe 2 gefunden von diesen Junk-Turrets. Und einen Stunt-Baiten. Der ist gut. Ja, habe ich mir gedacht. Was? Jetzt habe ich hier gerade noch den Boden aufgehackt. Papier, wow, ich bin begeistert. Oh, Mist. Stehen sie hinter der Tür. Ah, ich vermisse so eine richtige Fire-Ex. Vielleicht kann ich da eine mitbringen. Bis jetzt vor meinem Loot-Glück war ich heute. Wie viel waren wir denn überhaupt? 20.17 Uhr? Oh Gott, ist gleich Nacht. Hast du Angst im Dunkeln? Nein. Aber es ist schon wieder so spät. Oh, jetzt rennt sie. Hier ist es ruhig. Ja, ich bin konzentriert. Keine Zombies da. Ne, ich meine hier so im Haus. Ach so, insgesamt. Ah, ich bin gerade in so einem... Hm, habe ich keine Pfeile mehr? Wieso waren eben die Pfeile entladen? Oh, das hilft. Okay. Bücherregal. Und dann Rock geschossen. Oh, eine Toolbox. Bitte Repair-Kids. Ja. Okay. Danke für nichts. Hier, die Dings baue ich ab, oder? Solche komischen... Ich bin jetzt in dem Fun-Player drin. Oh. Das ist gut. Ein Triseurchen immer hier auf. Ja, der eine hat... Also da waren nur mehrere Kappen drin und halt dieses Junk-Yard-Geschütz. Ja. Ich baue jetzt alles ab, dass wir in der Nacht eventuell aufwerten können. Ich habe aber gemerkt, wir brauchen unheimlich viel Scrap-Iron für diesen Schach, der da nach unten geht, ne? Also wir müssen mal... Wir müssen am nächsten Tag... Scheiße, meine... Ne, jetzt ist meine Ranch kaputt. Naja. Müssen wir unbedingt Holz hacken für diese Spitzen. Äh, ja. Und Splint, da spielen wir mir was sagen. Was wird gleich passieren? Es gibt auch Mods und Skills, wo du dein Bein nie wiederbrechen wirst. Ist ja dann auch langweilig. Der Zuschauer erwartet das ja in gewisser Weise. Jump-Turret-Level-1. Ah, ich muss nur noch einen Punkt in Lucky Looter stecken. Hm? Hä? Was ist denn das? So reagiert das nicht. So. Schnell mal in das, wo ich es in der Wand... Ah, stimmt. Ich sollte mal auf Looten. Du hast absolut recht. Ich habe ja vier Punkte noch. Lucky Looter, ja. Lucky Looter. Macht Sinn. Habe hier zwei Punkte reingepackt. In den Lucky Looter. Sehr gut. Sonst noch was Sinnvolles? Vielleicht eventuell auf den Bogenschützen, oder? Nochmal gehen. Oder? Wenn du viel mit Bogen spielst, ja. Hm. Jetzt hast du mich verunsichert. Ansonsten halt auf Mother of Load. Javelin Master. Nee. Mother of Load. Oh ja, Ressourcen, natürlich. Mother of Load werden wir skillen. Ah, meine 69er geht nicht, weil... Stufe 3 Strength. Dann gehe ich jetzt auf den Milk Drinker. Okay. Habe ich einen Punkt mehr. Und jetzt auf Mother of Load. Ist klar. Habe ich gemacht. Wo haben wir 21 Uhr 1. Okay, nicht mehr viel Zeit. Scheiße, dass ich meine Wrench jetzt... Das jetzt kaputt ist. Hätte ja gerne noch ein bisschen was weggeranched. Adrenalin Rausch. Der ist echt super. Hallo, ist hier mal aufs Klo? Hallo. Moment. Oh, Magazine Extender Mod. Und Ranger's Guide to Archery. Craft Flaming Arrows und Crossbow Bolts. Ja, sehr lustig. Sehr gut. Okay. These I like. Ja, ich brauche unbedingt noch Mining Helm oder irgendwie diesen Licht Mod. Oh, ein Mining Helm wäre super, ja. Da gehe ich d'accord. Da nehme ich auch einen. Mach... Mann, Diggi. Kannst... Ist die Frage, hast du noch genügend FPS fürs Aufnehmen? Also hat der, dass ich den... Weil komischerweise war ja bei mir der GFX-Befehl zum... Zu der ersten Folge wieder raus. Oh. Achso, ich müsste nochmal anschalten, ne? Wahrscheinlich. Ja, deswegen. Das war so... Also Obergast steht bei mir auf 60. Da ist nix. So. Ist hier gut. Oh nein. Ja, wichtig ist eigentlich nur, dass du bei OBS 60 steht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, das habe ich. Ah, gut. Blöden Kühe. Soll ich das andere Geschütz aufheben? Äh, ja. Du kannst eins hinstellen, eins in der Hand benutzen. Ah ja, okay. Am Anfang. Hinterher kannst du dann auch, ähm... Zwei hinstellen und, äh... Mehr Munition reinpacken und so. Das ist schon geil gemacht. Wo ist denn... Ah, die scrappe ich jetzt mal hier. Ich mache auch ein Leder-Poncho wegen der Hitze. Dann müssen wir nochmal einen Ausflug machen. Poncho, Poncho. Sancho, Poncho. Das geht nicht mehr. Wo ist denn das blöde Fahrrad? Wo ist denn mein Fahrrad? Das weiß ich nicht. Hä? Bin ich blind, wo habe ich das Fahrrad? Das Fahrrad ist weg. Habe ich das gescrappt? Ne, das glaube ich nicht. Hätte ich mitgekriegt. Äh... Habe ich es zu Hause vor der Hütte vielleicht stehen lassen? Du, das weiß ich nicht. Oh, bitte lass es zu Hause haben. Oh Gott. Ja, es wird schon nicht weg sein. Oh. Naja, also... Ich... Also... Ich traue mir einiges zu, so von der Verpeiltheit. Ich habe gerade im normalen Müll ein Buch gefunden. Zum Lernen. Das wusste ich nicht. Also wir sollten den normalen Müll auf jeden Fall... Hier. Hier, direkt vor unserer Base ist der Kristall, was du suchtest. Potassium. Alter! Direkt vor unserer Tür. Okay. Ist doch Potassium, oder? Was passiert? Ich sterbe. Ne, das ist... Das ist LED. Das ist LED hier vor der Tür. Boah. Ach, schade. Ja, die sehen sich leider sehr zum Verwechseln ähnlich. Ja. Wow. Was wollen die, was wollen die Wände? Die wollen irgendeinen Betoneimer oder sowas. Äh, concrete. Nix. Wollen die... Oh, scheiße, ist das duster, ey. Das heißt, wir müssen einen Betonmixer machen. Ja, ja, ja. Noch ein Geschütz, aber... Oh, super. Okay. Möchte ich eine Fackel? Habe ich... Kann ich eine Fackel machen? Scheiße. Äh... Du bist jetzt noch draußen unterwegs. Ich bin im Haus hier. Du bist hier bei uns? Nee, nee, nee. Bei dem Horrorhaus? Nee. Ich bin unterwegs, ja. Okay. Dann, äh... War schön mit dir, Herr Kaiser. Es war... Die sind ganz doll böse. Ich war dann... Noch nicht fertig gelootet hier. Ich seh auch nix. Oh, fuck. Wo ist mein Fahrrad? Welche Richtung? Da. Oh, fuck. Nein, ich blute. Nicht bluten. Stirb leise. Stirb leise. Habe ich denn irgendwas? Ja, habe ich... Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Oh. Wo ist zu Hause? Bei mir, wo ich bin, ist zu Hause. Ja, ja, ja. Ich will dich da mal nicht hochdrehen. Das ist Cheaten. Ach, Quatsch. Sonst hast du da auch nichts. Wenn wir offline sind, ist das auch für dich gar kein Problem. Leatherhood, sollte man das anziehen? Ne, sollte man nicht. Weißt du was? Dann wird dir jetzt gescrabbt hier. Dann mache ich uns mal zwei Ponchos, wa? So wegen Hitze und so weiter. Ja, der Leatherduster, der ist gut. Ja? Mhm. Der Poncho geht da nicht noch drunter? Äh, weiß er nicht. Kann das nicht sein, ja. Ich bin mir gerade unsicher. Doch, ich glaube, nee, nee, der ersetzt die Jacke, meine ich. Ich meine, dass er die Jacke ersetzt. Ich muss echt was essen. Ich nehme jetzt mal das Fleisch raus. Das sieht irgendwie eklig aus, so gekochte Fleisch. Findest du? Boah, das war knapp, ey. Hast du geschafft? Bist du doch da? Ja, ja. Überlebt. Sehr gut. I survived. So, is it. Oh, Magazine Mode Extender, sehr gut. Da schmeiß ich erst mal hier mit rein. Warte. Ähm, warte, warte. Jetzt darfst du da ran. Warte. Nö. Da. Structural Brace. Haben wir noch Kohle irgendwo? Also wie gesagt, hier unten direkt. Oh ja, da oben. Ja, 1400 in der Kiste hier. Genau. Das ist gut. Ganz, jetzt habe ich einen Woodframe gemacht. Zum Glück war das nichts Schlimmeres. Ähm, ich habe hier zwei Eisenspitzhacken. Kann man aber auch noch mit dem Repair-Kit reparieren, ne? Ja. Möchte, äh, hier. Ja, ich nehme eins. Danke. Ähm, in der Kiste ganz links ist noch eine Eisenspitzhacke. Also die kannst du dir gerne nehmen, weil ich gehe jetzt runter und baue ein bisschen Eisen ab. Damit wir uns hier ein bisschen... Oh ja. Ach, scheiße, eine Fackel. Kannst du mal ein paar Fackeln machen, bitte? Ja, klar. Weil hier unten ist echt zappenduscht da. Ähm. Würde ich ja machen, wenn wir denn... Wir haben kein Fett. Fett hätten, aber ich hatte doch Fett vorhin. Ich habe mir schon was gedacht. Weggeschlissen. Oh. Jetzt habe ich auch noch das Questlicht hier abgebaut. Ach doch, da ist Fett. Mein Gott. Übrigens, dass unser Haus, ähm, fällt mir gerade ein, dass unser Haus irgendwie, das ist ja ein Questgebäude und dass das irgendwie schief geht. Ähm, das passiert nicht, wenn Schlafsäcke drin liegen, dann gilt das nicht mehr als Questhaus, dann kann nichts mehr spawnen oder so. Das hat jemand geschrieben. Also dem vertraue ich jetzt einfach mal, weil es einfach der einfachste Weg ist. So, ich schmeiß mal ein bisschen Klee weg. Auf das die Schreitante kommt. So, ich brauche jetzt noch ein bisschen Kohle ab. Wofür brauchen wir eigentlich Kohle? Äh, Schließpuppe. Aber wir haben 1400, wir bräuchten eher Potassium, aber da ist ja momentan nicht dran zu kommen. Ja gut, vielleicht haben wir hier unten irgendwas, was wir noch nicht sehen. Ja. Jetzt sehe ich ein bisschen was. Es kam übrigens in den Kommentaren, die Leute würden nichts sehen im Stream. Ich habe, äh, ich habe, genau das haben wir ja beim letzten Mal besprochen, als wir in diesem Horrorhaus waren. Die Leute würden nichts sehen. Ja. Und ich soll auch mit dem Gamma aufnehmen, wie ich auch spiele. Also ich sehe auf meinem Monitor alles und das liegt nicht daran, dass ich meine Helligkeit irgendwie besonders hochgedreht hätte. Und den gleichen, äh, gleichen Kommentar hatte ich auch. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ähm. Und, ähm, das ist halt so, wenn euer Monitor falsch eingestellt ist, beziehungsweise noch nicht mal die Helligkeit, sondern das falsche Gamma, dann seht ihr da einfach nichts. Natürlich seht ihr jetzt in der Aufnahme ein bisschen weniger, als wir das sehen. Ich kann natürlich das Gamma ein bisschen höher drehen. Kann ich eigentlich mal machen, komm, für die Zuschauer, wo es gerade nachts ist. Do it. Nochmal 84. So. Äh, ich schmeiße aber ein paar Fackeln runter, wa? Und ich komme mit, warte mal. Oder komme mit runter, genau. Oder sogar du es da. Aber, ähm, es ist, wie gesagt, oft den Monitor falsch eingestellt. Also, dass die, die, der Gamma-Wert einfach nicht passt. Okay. Ah. So. Den Aufzug können wir eigentlich wegwrenchen, oder? Den brauchen wir doch nicht. Nein, ich brauche den nicht, nee. Irgendwann nicht viel Eisen? Nee. Nee, nicht wirklich. Wollen wir mal auf die Suche gehen nach noch weiteren Ressourcen? Ähm, wie tief sind wir denn? Hast du Fackeln mit? Ja, ich benutziere gerade, ja. Ich habe schon mal ein paar Mal in die Wände gehangen. Für ein bisschen ambient. Ähm, hier beleuchtet, du weißt? Weißt? Fühlst du, ich denke? Fühlst du, ich denke? Ja. Oh. Meinst du, wir sind von der Höhe nicht richtig für Potassium? Also können wir nicht einfach mal hier in die Erde, wenn wir hier irgendwas... Ja, das ist halt grünes Biom, da wird... Wirst du nicht finden, oder was? Wenig Potassium sein, ja. Okay. Achso, du brauchst du dich da jetzt rein? Ich mache mir die Tür einfach weg, ja. Okay. Steine, wenn du erstmal... Mache erst Steine, machen Zement, damit wir ein bisschen aufrüsten können und... Erst Steine abbauen? Ja, würde ich sagen, Steine können wir einschmelzen, weil... Vielleicht bauen wir eine zweite Forge noch. Ja, ich habe auch noch Beton besorgt in so einem Kram, ne. Also ein bisschen was können wir machen. Okay, super. Oh oh. Oh nö. Es schreit. Geh doch weg. Ist die bei dir? Oh. Nee, die wird oben sein. Überraschung. Ich gehe mal hoch und kläre das mal. Hä, wieso? Hä? Boah, was eine Tür. Wo ist sie denn? Junge Frau, wo sind sie denn? Da höre ich sie doch irgendwie. Guck mal vorne. Sie ist, glaube ich, vorm Haus. Hallo. Wo ist sie denn? Ja, gute Nacht. Was ist los? Sie ist ja geschrien. Oh, die ist hier unten. Fuck. Was ich wollte gerade sagen, die ist nicht so weit weg. Überlebe. Wo kam die denn her? Ja, die ist tot. Okay. Alter, puh. Da bist du hier unten. Die muss hier unten gesponsert sein. Ja, oder sie ist durch den Schacht rein. Ich meine, wir haben immer noch den Abgang da runter. Die kam hier. Oh. Da ist aber noch jemand am Leben. Oh, oh. Boah, da ist aber viel los. Jep. Wo sind die? Keine Ahnung, ich bin nach oben. Ich bin bei dir. Ach so. Die kommen nach oben hier, ne? Wo zappelt das denn? Oh Gott. Oh. Das hört sich aber nicht gut an. Nee. Wo ist das denn? Ah, alles Gute, die sind hier unten. Am Schacht, ja. Das hast du auch noch geschrieben. Ja, die wollen da rein. Wir müssen da unten alles mit den normalen Wurzweigs voll machen. Ja. Ich komme. Oh, jetzt wird's laut. So, erstmal die Schreitante eliminiert. Feuer frei. Ich schieße mit Feinboden. Boah, was sie aber so hektisch sind. Ja, die rennen gut, ne? Das haben sie gut hingekriegt. Hört mal auf zu zappeln. Ich kann euch gar nicht beschießen. Da ist noch einer weg. Wenn wir jetzt hier noch die Hütte hier oben drauf hält. Das holt es am Rand hier auf jeden Fall. Ja, wir sollten es einfach verstärken. Obwohl es auch fest ist hier. Also das sollte gehen. Noch einer, noch ein Bauarbeiter. Oh ja. Wo soll er hin? Bei dir? Da drüben, ja. Ja. Okay, ist weg. Boah, da ist die da unten auch immer ein. Leck, oh mio. Ja, das ist schon überraschend. Ja, wenn wir auf Heete Fackeln stehen, ne? Ja, Heatmap, ne? Ach so, ein Zementbäscher können wir mal gucken, ob wir einen herstellen können, oder? Genau. 101. Ah ne, muss ich es lernen. Zementmixer. Hast du gelernt? Ne. Warte, ich gucke. Ich habe eh keine Punkte, also von daher könnte ich es auch gar nicht lernen. Zementmixer, Perk. Hä? Wo ist denn der Mixer eigentlich? Ja, warte. Mix. Perk. Advanced Engineering. Äh, kann ich. Soll ich? Ja. Definitiv. Ah, muss aber Level 2 sein. Level 1. Da ist schon wieder einer. Da kommt es ja. Ich brauche einen Skillpunkt nur noch. Dann geht es. Fünf fast vor. Ja, super. Kriegen wir schon Punkte. Ist doch geil. Wo ist denn? Bleib mal stehen, Lady. Jetzt. Wuffel. Lieb zum Einfeld noch. Die Horde wird knackig. Ach, Quatsch. Wir sind Profis. Oh, ich kriege keinen, der Glabier außer. Ich muss unbedingt erste Farmen für XP. Dann kann ich nämlich ein bisschen Zementmix abbauen. Äh, dafür sollten wir dann aber auch schon mal Steine einschmelzen. Ich habe keine Munition. Steine einschmelzen. Keine Munition mehr. Kannst du aus ganz normalem, ähm... Scrap Iron machen. Ja, ja, ich habe auch kein Scrap Iron, weil ich ja unten aufgewertet habe. Das ist halt immer, ne? Ja, ich habe auch ein Feld noch und dann habe ich es. Dann kann ich uns den Männmix erbauen. Ups, Entschuldigung. Leider eingeschlagen. Na toll. Teechen hinterher, so. Alles gut. Puh, Zementmix, was brauchen wir denn? Forged Island 25 Spring Engine. Ja, kriegen wir hin. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen... Ich habe noch zwei. Ich habe noch eine Forge noch eventuell. Na, wir haben noch einen Trello, oder? Brauchst du nicht mehr. Leder, Duckdale, Shot Iron Pipe, Clay, Smallstone würde auch gehen. Ich gehe nochmal eben unten ein bisschen buddeln. Ja, ja, da komme ich mit. Hui. Das ist halt die Frage, ob wir hier irgendwo ein Vorkommen haben, weißt du? Dass wir uns immer mal... Wollen wir uns nicht immer unterm Aufzug hier runterbuddeln, oder ob das keinen Sinn? Äh, wir könnten hier wohl schon weiter nach unten gehen, klar. Einfach nur mal testen, weil mal hier ist unser Ding. Weil, dann mache ich hier mal weg, mache hier einen Woodframe rein, oder? Dass wir hier rankommen. Wo ist die Leiter? Ja, hier. Dass wir hier die Leiter verlängern. Ja, wo ist die denn? Ja, hier, wo ich stehe. Vor mir. Ah ja. Warte, ich mache nur die Kohle unten weg. Du bohrst das Eisen weg. Ach so, ist aber richtig. Nee, das Eisen ist gut. Du bohrst das Eisen weg. Das passt. Ein Bohr weg. Okay, jetzt setzt man einen Woodframe dazwischen. Oh, level up. Äh, war da? Länger? Und reparieren. Ja, du stehst in dem Woodframe. Ach so. Hui. Jetzt. Okay. Bin ich richtig? Jo, bist du richtig. Dann mache ich mal Leitern, oder? Gerne. Komm, 50 Stück. Dann bohr ich mich einfach mal gerade runter. Mach mal gerade runter. Warte mal, ich stelle mich auf deinen Kopf. Das gibt schön viele Steine. Ach so, soll ich Benzin? Na gut, zu spät. Ich habe 300.000 in der Tasche. Müsste reichen. Okay. Okay, Richtung Osten ist unsere Leiter. Nur mal so, als ich mache mal ein bisschen Licht hier, damit man was sieht. Danke. Moment. Oh. So, jetzt kannst du. Bitte bullen Sie weiter. Yay. Also Richtung Osten ist unsere Leiter. Sieht geil aus. Ab in die Tiefe. Alle. So, ich habe mal noch zwei Handgranaten in der Tasche. Äh. Wofür? Weiß nicht. Ich frage für einen Freund. Ja, genau. Entschuldigung, ich frage ja nur für einen Freund. So, ich habe mal die Granate gezündet. Was? Ey, die hat mir vorhin den Arsch gerettet. Eine von denen. Die Handgranate? Ja, unterm Dachboden. Das war lustig. Aber hier in unserem Spiel? Ja, ja. Gerade eben. Bevor ich jetzt rübergekommen bin. Hast du den Knall gar nicht gehört? Nö. Hast du den Knall nicht gehört? Was ist mit dir los? Wo sind wir denn? Gucken wir doch auf die Map. Äh. Höhe wird das nicht angezeigt? Oder unten? Evaluation. Plus 37. Immer noch. Was? Wieso? Plus 37? Ist das bitte andersrum gezählt? Null und dann Plus? Da plus 3 war immer Bedrock jetzt. Ach so, okay. Ja, da geht noch ein bisschen was. Ich kriege gerade den Hinweis, dass ich den, dass ich Masse of Load geskillt habe auf Level 3, sollte ich eigentlich bohren, ne? Kriegen wir mehr raus, ja. Aber wir kommen nicht aneinander vorbei, oder? Nee. Oh doch, jetzt bin ich. Jetzt geht's. Aua, ich stecke in dir drin. Aua. Das ist gut. Äh. Aber ich krieg den Bohrer nicht. Kannst du mal zur Seite bohren? Geht das? Äh, das geht ja, oder? Mache ich mal Richtung Westen. Bin so nah. Ich bohre dir in den Hals. Ja, ich merk's. Warte mal, ich versuche mal hochzuspringen. Geht's? Jetzt geht's. Höhe. Mama, was machen die beiden Männer da in dem Loch? So, jetzt kannst du ihn droppen. Hast du auch Benzin noch? Ja, siehst du, hier. Hast du eine Fackel einstecken? Ja. Okay. Here we go. Springe auf meinen Kopf. Ist er schon. Okay. Hier in die Hocke. Ja, bin ich. Ja. Ja, mit bohrenden Geräuschen verabschieden wir uns in den Feierabend. Genau. Quasi, wa? Und Hashtag machen wir mal in den Abgrund oder sowas. Oder in die Tiefe. In die Tiefe. In die Tiefe klingt gut. Also. An alle Hashtag-Hasser da draußen. Ab in die Tiefe. Die haben ja hier schon längst abgeschaltet. Die haben schon längst abgeschaltet. Ja, ja. Okay, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Wenn wir weiter bohren und Minjas sagen hören. Gute Nacht. Bis dahin. Wann ist es dunkel? Tschüss. Tschüss. Tschüss.